Wir sind hier in Schlackegruben, sollen noch 10 Incendosaurier töten. Ja, also hier zu kämpfen ist schon eine Herausforderung, weil die Saurier hier, die haben so eine schnelle Ruinspawnrate. Aber du kommst ja gar nicht richtig zum Regen, so schnell sind die wieder da. So, äh, den hier. Ja, die ganze Zeit schön nach hinten gucken, ob da auch gerade nicht irgendeine Patrouille läuft. Weil die sind, glaube ich, zwei Stück oder drei Stück, die die ganze Zeit hier entlang laufen. So, der. Regen. Acht Stück brauchen wir noch. Hm, ich bin gerade am überlegen, wie wir es machen. Nach oben hin sind jetzt, glaube ich, drei Stück. Hm. Wir brauchen noch acht, also fünf Stück müssen wir hier... Nein. Oh, leck mich doch. Den habe ich doch gerade eben erst gekillt hier. Ich bin gerade noch ein paar Jahre. Ich bin gerade noch ein paar Jahre. Ja, ich bin gerade noch ein paar Jahre. essen trinken weil den hatte ich doch direkt nach dem wiederbeleben gekillt gehabt weil der da auch gerade gespawnt ist ich glaube ich bleibe hier also ich werde nicht weiter in die hülle reingehen so und wir müssen unbedingt nach jedem einzelnen mob müssen wir recken weil das bringt nichts wenn wir hier jetzt killen 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 uns denken okay wir haben noch genug mana für einen und dann kommt auf einmal der respawn wieder da zum beispiel auch schon wieder da und wieder recken da der ist auch schon wieder da fünf stück brauchen wir noch ich weiß jetzt halt nicht wo dieser blöde patrouillenläufer ist ich bin außer reichweite ja mit feuerschlag können wir doch mehr schaden anrichten als mit akkan explosion so wir können uns jetzt eigentlich schon wieder richtung nach draußen begeben ich weiß nicht ob das da oben der patrouillenläufer ist da ist der patrouillenläufer den müssen wir uns jetzt schnell holen noch weil oben waren dann glaube ich nur noch zwei und wir brauchen noch drei auge juckt ja da ist auch schon wieder respawn da kommt auch ein patrouillenläufer ich will mich mal hierhin stellen hier oben war nämlich glaube ich so da ist der andere patrouillenläufer ja hier in dem gang war gar keine gewesen so regen und dann nach draußen dann fehlen uns nur noch zweimal herz der flamme ich weiß nicht ob wir das heute noch schaffen weil das war es dann für mich mit dem aufnehmen für heute wenn ich die folge fertig habe weil dann laufe ich zu meiner frau runter an die arbeit wir wollen noch einkaufen wollen noch einkaufen sie hat vergessen heute morgen geld aus meinem portemonnaie zu nehmen dass sie ohne probleme einkaufen kann passiert 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 so einer noch gucken dass hier die patrouille nicht kommt ich glaube das war nur noch der eine hier wir werden es gleich sehen da ja das ist der letzte ok gut 20 gekillt und wir sind ohne eine quest abzugeben sind wir jetzt schon wieder bei 17 prozent ungefähr so hier müsste ja da ist ein sklavenarbeiter das kann ich jetzt wieder umtauschen hier der hat ja mehr widerstanden als so ein intendo sauer mit level 9 da ist ja noch einer ich will hier runter ich will hier runter lass mich lass mich so und tschüss und tschüss du bleibst weg du bleibst weg du bleibst weg man ich habe gesagt weg bleiben ich will doch erstmal regen man immer diese unfairen elementare hey wir sind ohne zu sterben rausgekommen auch wenn es knapp war gut einmal das hier einmal das hier ja und dann werden wir noch mal gucken ob wir hier bei denen vielleicht ja dann muss ich wieder hier umstellen ob wir bei denen vielleicht noch zwei herz der flammen bekommen so mein freund ich bin außer reichweite ja ist gut der hatte nichts wir gehen mal kurz hier hoch weil da gerade diese blöde patrouille wieder kommt und ich weiß nicht wie weit die laufen okay also laufen nur bis hier hin und laufen dann direkt wieder zurück das ist sehr schön und die andere patrouille die läuft nämlich bis hier und läuft dann wieder zurück so du stirbst als nächstes wir brauchen nur noch ein herz der flammen leute vielleicht von dem vielleicht ja aber wie schon gesagt hatte wir haben bevor wir level 47 geworden sind haben wir irgendwas zwischen 15 und 20 elementar und bekommen kein einziges davon wir sind level 47 töten keine ahnung fünf von den dingern und haben dreimal herzer flamme drin ach so hier habe ich jetzt erstmal ruhig hier drüben ich weiß halt nicht ob die markt also laut internet sollen die magma elementare die tropfen aber wer verlässt sich schon aufs internet ne laut internet laut internet haben die dinge auch eine tropschance von 52,8 prozent und da war wieder nichts ja wir killen jetzt noch hier drüben das eine elementar und das hier und dann war es das dann reiten wir zurück auf dem rückweg sind ja auch noch zwei oder drei elementare die wir killen können deswegen das ist jetzt kein problem nehmen wir uns erstmal das da unten vor also wie gesagt wir wir killen jetzt das eine hier noch weil ich habe keine ahnung ob die magma elementare das überhaupt tropfen so reich vom mana her das ist zu weit entfernt widerstanden also von dem magma elementaren hat kein einziges so ein ding gedrückt das waren alles nur diese lodernden elementare ich müsste eigentlich was trinken aber das glas ist leer gut dann reiten wir jetzt zurück richtung thorium spitze ähm werden dort werden dort die quests heute nicht mehr abgeben das machen wir morgen obwohl ja wir können sie eigentlich heute noch abgeben weil ich weiß nicht was für folgequests kommen und ob wir in naher zukunft überhaupt noch mal hierher zurückkommen weil wie gesagt äh sulfarak steht noch aus dann sind wir ganz schnell noch ein level weiter oben was ist das was ist das ... ... ... ... ... ich will doch eigentlich da hoch leuth da zu den elementaren hier, ne zu dem nicht da oben du kannst mich ruhig verfolgen und bleibst dann schön hängen ich will an die beiden elementare hier komm hau ab komm hau ab komm hau ab ich kill jetzt aber auch nur noch die beiden dann ja wenn man vielleicht morgen doch noch hier weitermachen dabei, ich hoffe, dass wir nur noch dieses eine brauchen nein, schade habe ich ich habe jetzt echt laufen gedrückt und mich versucht zum essen hinzusetzen wie bescheuert muss man eigentlich sein so mein freund, hast du was ich möchte ich möchte einmal das hier bitte und nein, schade gut, dann ist egal heute wird es nichts mehr komm ich hier irgendwie hoch ich will da hoch da komm ich auch nicht hoch das weiß ich da wäre ich eher noch angegriffen gut, dann müssen wir einmal außenrum egal na, willst du schießen bin ich zu weit weg gut, da haben wir hier eben in der sengenden Schlucht eine Menge gemacht jetzt ähm wir machen dann gibt es hier ein Gasthaus ist das Gasthaus? nein ich glaube, hier gibt es kein Gasthaus hier unter dem Zelt vielleicht auch nicht egal wir machen dann morgen hier weiter wir versuchen morgen noch das letzte Herz der Flamme zu bekommen und dann schauen wir mal wo es uns dann hinführt dann hoffentlich bis morgen tschüss